Wow, ich flippe bald aus, denn es ist bald soweit. Der 30. steht sozusagen vor der Tür, aber erstmal konzentrieren wir uns hier richtig auf den 28. Mkw Cup, denn der wird am Freitag stattfinden um 20.30 Uhr. Die ersten 10 Leute, die am schnellsten sind im Kommentarbereich, die dürfen mitfahren. Und es gibt zu gewinnen. Grandiose Sache. Einen Mario Kart. Ich denke, da sieht man einen Mario Kart für euch, für den Gewinner, der hier im 28. Mkw Cup sozusagen durchrusht. Und ja, wer ist unser Maskottchen diese Woche? Das ist immer so eine große Frage und deshalb kommen wir mal direkt dazu. Und zwar ist es der Baby Luigi. Das ist unser Maskottchen diese Woche. Und das ist ein Charakter, den habe ich noch nie genommen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin noch nie mit Baby Luigi gefahren. Zumindestens, wenn dann überhaupt, ganz selten. Vielleicht ein, zwei Mal. Und übrigens, danke an die Leute, die hier auch jede Woche, beziehungsweise die teilweise auch dran denken, das Maskottchen vielleicht mal zu nehmen. Ich finde das wirklich eine sehr soziale Sache von euch. Ich bin gespannt, wie viele am Freitag mit Baby Luigi fahren, wie viel trauen sich, weil Baby Luigi, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch nicht der Schnellste, aber er hat ziemlich guten Charme und er wird einfach mit dazu in Mario Kart Wii. Und ja, wie gesagt, nicht vergessen, das ist der Preis. Und ihr dürft mit dabei sein. Die schnellsten 10 im Kommentarbereich sind am Freitag dabei. Nicht vergessen, Webkicks Chat gibt es auch immer um 19.30 Uhr. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und, wow, was gibt es zu sagen? 28. Mkw Cup ist sozusagen eine richtig krasse Nummer, finde ich. Und damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis später und ciao.